Hallo Zollti hier. Heute zum Thema Hausstrecke. Ich fahre von Anwil nach Wittenau. Ihr seht hier sehr kurvig am Anfang, lange gerade gezogen. Aber eine super schöne Strecke, vor allem Feierabend, wenig Verkehr, freie Spiegel. Das Ganze ist nur acht Kilometer lang. Ich halte meine Klappe, ich nehme euch hier mit. Wie ist das? Ich werde jetzt am Ende wieder gehen. So, so. So, so. So, so. So, so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020